Die Welt ist meine Vorstellung. Ich kenne weder die Sonne noch die Erde. Ich kenne nur ein Auge, das die Sonne sieht, eine Hand, die die Erde fühlt. Die Welt um mich herum ist nur als Vorstellung da, und das heißt, sie ist nur da in Bezug auf etwas anderes, nämlich das, was vorstellt. Und das bin ich, ich, Sherlock Holmes. Die Welt ist also Vorstellung. Daher ist die Welt nur in meiner Wahrnehmung von ihr repräsentiert. Bin ich das gleiche Geschöpf, das ich im Spiegel sehe, oder bin ich mehr als das? Das Geschöpf, das sein Bild, ein nichtbewusstes Ding, im Spiegel sieht. Kann ich meine eigenen Fingernägel kennen? Sind sie allein die in der Vorstellung meiner Fingernägel wahrgenommene Welt? Und wenn ich sie abschneide? Zum Beispiel diese eiligen Schritte auf der Straße, die sich nähern. Ich kann sie hören, aber ich kann den Körper, der sie verursacht, nicht sehen. Ich kann sein gewichtiges Herannahen hören und es mir in meinem Vorbild vorstellen. Er ist unentschlossen in seinen Bewegungen. Aber existiert dieser Mensch, der unter meinem Fenster über die Straße schlurft, in meiner bloßen Wahrnehmung des Geräusches, das er macht? Oder ist dieses Geräusch bloß seine Vorstellung? Auf jeden Fall nehme ich ihn nur als Vorstellung meines Bildes von ihm wahr, bis er sich manifestiert und meine Türklingel drückt. Ich nehme an, Sie haben nicht geklingelt, um sich nicht in der Rolle eines Bittstellers zu präsentieren, sondern als jemand, der die Absicht hat, auf seinem Anliegen zu beharren. Nein, ich wollte nur nicht so viel Krach machen. Sie sind Mr. Sherlock Holmes? Wen hatten Sie erwartet? Einen älteren Mann. Aber Sie sind genauso alt, wie ich aufgrund Ihres schleppenden Ganges über die Straße berechnet habe, Mr.... Ähm... Teasdale. Ich bin müde. Ich bin eine halbe Stunde gelaufen. 40 Minuten, um genau zu sein. So lange brauchen Sie bei Ihrem Tempo von Kentestown hierher. Woher wissen Sie, dass ich von Kentestown komme? Der Wind, Sir, weht im Augenblick von Norden. Was erklärt... Was erklärt... Was erklärt... Untertitelung des ZDF, 2020